Grüß Gott, meine Herzchen! Wie ihr sehen könnt, ich habe 30 Menschlichkeit im Pool und habe wieder 31 Stückelein im Inventor. Ich war fleißig und mit... Ja, der sieht hungrig aus, der kaut ja auch schon. Das ist bestimmt eine Schlangenkuh. Juhu! Braucht man zum Schleichen nicht Füße? Genau! Seid mein Führer! Ouh! Mein ist die Seele, der Fensternis. Die Fensternis fadete und nur dark remained. So begann die Age of Men, die Age of Dark. Aber Lord Gwynn tremblte an der Dark, klinging zu seiner Age of Fire und in dire Angsthase. Boah, diese Angsthase! Und der Dorn, der ein Tag von ihnen geboren wird. Lord Gwynn resistete die Natur, indem er sich selbst um den Feuer zu verbinden, und die Kinder zu schäuern, die Menschen zu schäuern. Gwynn hat dein Vergangenheit geblendet, um die Erinnerung der Dark-Lore zu verhindern. Ich bin der primordiale Serpente. Ich bin der Fall, um die Verlust der Vergangenheit zu verhindern. Ich bin der Verkund, um unser Vertrauen zu sehen. Aber der anderen Serpente, Frampt, hat seine Verkundung verloren und befriert den Lord Gwynn. Verkundigter, wir stehen auf einer Crossroads. Nur ich weiß die Wahrheit über deine Feind. Du musst schäuern den Fäden, der Herr Gwynn, Der Herr, der fehlte Feuer und die Natur resistiert hat und wird der vierte Herr, damit du in eine Wege der Dunkelheit schlägst. Einen in die Dunkelheit... Ja, ich mag dich. Gefängnis? Ähm, okay. Guten Appetit! Bitte nicht zu viel kauen, ich mag es nicht, wenn ich in zu vielen Stücken in deinem Magen verteilt bin. Jesus! Die andere Schlange macht übrigens das gleiche und die andere Schlange, also von der ich erzählt habe, mit der ich nicht gesprochen habe, die uns auch... Wie heißt es? Uh... Die andere Schlange, die uns den Auftrag gibt, eigentlich das Herrschergefäß aus Arnold London zu holen. Ist davon irgendwas der heilige Gral, oder... Ach, egal. Oder hatten viele Leute Durst und die haben hier irgendwann mal eine dicke Party gefeiert. Oh, die ganzen Lords, hooooh! Hier wollte ich sowieso hin, das ist toll, dass du mich auch hier hinbringst. Jetzt gibt's Suppe! So, alle jetzt mal schön hier reinbluten! Oh, oh! Das war zu viel Blut! Das war zu viel Blut! Boah! Die Suppe kocht über! Und so füllte sich die Welt mit Suppe! Und die Diäträume und Fastenseele waren nicht mehr! Sie wurden von der Suppe überflutet! Und das ist das Tor, wo ich eigentlich gestern durch wollte! Ja! Am Herrschergefäß rasten! Oh, ich kann schon Seelen darbieten, aber das tue ich jetzt nicht! Ich kann von jetzt auch mich rumteleportieren, dass ich jetzt mal gucken wollte! Na, okay! So, jetzt gucken wir doch mal, was wir mit dem Knaben hier jetzt anfangen können! Sehr gut! Once the vessel is filled with souls, the gate to Gwyn shall open! Ich hab über 91.000! Ja! Töten! 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 Dann, lass uns zurück in den Abyss zurückkommen! Und vertraue dein Fleisch an mir! Töten! Töten! Das ist ein Topmodel unter den Schlangen. Und kann sich die Augen mit den Ohren abwischen, falls das Ohren sein sollen. Klar ist es eine Frau, die sollte saugen können. Ich kann einen Eid leisten, das werde ich jetzt tun. Auch wenn ich dadurch die Abkürzung nicht mehr gehen kann. Aber die ist mir jetzt erstmal egal. Dann spiele ich halt das Ding halt durch. Toll, jetzt habe ich schon wieder eine finste Hand. Wie viel ist das? Die fünfte? Ja, und jetzt kann ich hier um Eidgegenstand bitten. Was mache ich denn hiermit? Ah, okay, man kann hier quasi einkaufen. Okay, ich kann jetzt Menschlichkeit darbieten. Ich werde 30 an Menschlichkeit darbieten, um Ausrüstung zu kriegen. Und dann sehen wir uns wieder. Yay, nach den ersten 10 Menschlichkeiten bekomme ich einen roten Augapfel. So, nach diesem letzten Menschlichkeitsrest werde ich mal 3 Wochen Urlaub von Menschlichkeitopfern nehmen. Das ist langweilig. Zumindest bei den Mengen. Und ich bekomme das Finsterschmett, die Finstermassen, die Finsterrüstung, die Finsterschlumpen, die Finstergemaschen. Yay, dafür habe ich das getan. Ah ja, falls sich jemand wundern... Nein, braucht sich niemand wundern. Ja, nee, ist in Ordnung. So, ich teleportiere mich jetzt nach Schandstadt. Und dort sehe ich euch dann wieder, um ein paar Wünsche zu erfüllen. Wo ist denn das? Tochter des Chaos. So, ich trage hier diese fesche Klinge, die ich gerade gekriegt habe. Die sieht gut aus, aber... Uh, ähm, ich weiß nicht, ob die gut ist. Ähm, sagt's mir. Ansonsten baue ich die ganz gerne mal aus. Ja, das kennen wir schon. Ja, ist okay. Ja, ist okay, bla bla. Irgendwann mal gelesen, dass man von ihr den Auftrag bekommt oder bekommen kann, die, ähm, ja, quasi Hexe von Isalit oder was auch immer gerade da gesagt wurde, ähm, zu töten. Und dass man eine Belohnung kriegt, wenn man das tut. Und, äh, ja, genau das wollte ich jetzt eigentlich mal machen. Aber, wir haben noch... Ich möchte noch eine andere Sache hier erledigen, von der ich gelesen habe. Und ich möchte den Wunsch eines entsprechenden, eines Zuschauers erfüllen. Und zwar, hier ist sie! Die Lebensjägersense von der... Ich glaube, der gute Marcel sich gewünscht hat, dass ich sie mal zeige. Deswegen habe ich mir die Zeit genommen und habe wirklich neben der Menschlichkeit im letzten Video noch gefarmt wie ein Irrer, um diese Waffe herzustellen. Aber, naja, ich finde sie nicht schlecht. Definitiv nicht. Ihr seht aber, dass ich, wenn ich einen Gegner treffe, sich bei mir eine Blutungsleiste auflädt. Und, äh, ja, das bedeutet, wenn ich damit zu sehr Aua-Aua mache bei anderen Gegnern, mache ich damit bei mir irgendwann genug Aua-Aua. Ich habe es mal ausprobiert. Ich glaube, ich verliere, wenn ich meine Blutungsleiste damit voll mache. Ungefähr die Hälfte meiner Lebensleiste. Kann das sein? Ich schwere sie jetzt gerade nicht. So, sie blut, Egel-Schirm, ist jetzt nicht hier für die... Shit! Egel-Therapie zuständig. Hau sie um! Zumindest einen. Danke. Hahaha. Oh, was bekommt der denn her? Habe ich gerade gar nicht auf dem Programm gehabt, den Penner. Ähm, ich habe gelesen, dass man am besten der Spucke ausweicht. Das haben nämlich irgendwann keine Spucke mehr, diese Jamaikaner-Egel da. Ähm, so, und jetzt soll ich noch was saufen, glaube ich. Uh. So, ich habe gelesen, dass, ähm, wenn der Gute... Wie heißt er noch gleich? Ah, da hinten ist er ja. Dieser Zwiebelritter-Typ, der Siegmeyer of Catalina, äh, from Catalina. Oder so ähnlich. Äh, wenn man, wenn er oben den Feuerbandschreit verlässt, findet man ihn hier unten. Und schnarcht. Hat der Harakiri oder sowas gemacht? Oder warum hat er sein Schwert aus der Brust rausgekommen? Oder ist das, ähm, eine Kompensierung, Kompensation für irgendwas? Oh, ho, ho! Entschuldigung, ich war so absorbiert und dachte, dass ich einfach weggeflogen war. Du siehst, ich bin eigentlich in ein bisschen Fisch. Ich habe es so schnell gemacht. Aber ich bin kurz an Antidote-Mos für den Weg zurück. Ähm, bei meiner Nachtheit bin ich ein Schammer für uns. Aber kannst du ein paar Schrappchen von Mos? Mos Böscher, Mos Böscher, kriegst du jetzt in eine Hand. Jetzt. Diese Nacht von Catalina expressiert seine tiefsten Gratitude. Ich werde das nicht vergessen. Bitte, nimm das. Ein Symbol meiner Appreciaation. Eine Giftkur? Spießschild. Na, der kann mich mal! So, ich werde mich jetzt offscreen, ähm, wieder runterbegeben in die Dämonenruinen. Ähm, an die Stelle, wo ich gestern nicht mehr weitergekommen bin. Und da sehe ich euch dann wieder. invasion des finstergeists kirk habe ich nur von wo die leben nämlich noch und solange der auf dem weg gehen ist ich habe gelesen es liegt daran der kommt erst dann wenn man das herrscher gefäß positioniert hat steht er kann aus der ganz anderen richtung alles wie es gedacht habe okay dann haben wir ihn jetzt um oder auch nicht auf jesus warum kann ich ihm das ding hinten reinstecken sauerei trink schnell 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 trink jawohl jetzt geht es doch schöner schaden und das war's 26.900 seelen enormst ja ich nehme die energie an mich es kann nur einen geben berndländer bis gleich bei berndländer teil 2 und hier sehen sie die schöne waffe finster töter die sich aus einer zerbrochenen klingern zerbrochenen schwert plus 10 und der seele von siv dem wolf machen lässt so und hier runter ging es zu der abkürzung die ich aufmachen täten könnten würde wäre ich noch in dem pack drin die waffe ist zwar schön ich kann sie nicht benutzen weil jetzt sind die nötigen attribute ihr seht da unten mitte ich brauche 20 magie intelligenz und 20 wille und neben 18 geschicklichkeiten 24 stärke ich müsste noch 17 attribute nur in diese werte reinstecken damit ich das ding benutzen könnte ist schlecht ich rüste mich entsprechend dessen aus was mich jetzt hier hätte der nebelwart erwartet bis gleich ich mache gerade auch so ein bisschen ad hoc waffenschau ich habe mir nämlich die zeit genommen und hat ein paar boss seelen in waffen verwertet einfach weil ich gedacht habe wenn das interesse schon da ist dann machen wir das auch und ihr seht ja quasi wenn die hier jetzt noch mal recycelt scheiße scheiße ach gott bin ich schlecht hier gerade jedenfalls vielleicht noch ein paar worte zum sonntag dieser schöne diese schöne schlange der wir hier gerade begegnet sind oder vorhin am anfang des videos begegnet sind hat ein paar sehr schöne hinweise gegeben er macht den bauch den arschbums meine ich so schön hinter ihm weil er kann wieder auch die gegend explodieren lassen okay er kann auch schön weit nach hinten springen nein der der typ hatte gesagt dass eigentlich das zeitalter der menschen also das zeitalter der finsternis angebrochen ist weil sie keine ahnung so viele fabriken bauen oder sowas und das messer macht ganz schön schaden und ja wir sind im prinzip quasi den ganzen leuten bisher aufm leim gegangen sogar der schönen großbusigen tussi das blöde an der sache ist ich möchte jetzt gerade oh oh shit ich möchte jetzt gerade gerne dem bettlam 1 vors maul geben das ist ein typ aus dem forum und der meinte immer die ganze zeit zu mir ja feine messenger 13 zugsweise messenger so heiße ich da nämlich ähm oh oh russia ähm halbwegs intelligente menschen sehen die wahrheit hinter der wahrheit wenn sie viele informationen aus gegenständen mit ein paar gesprächsfensten verbinden was für ein schwachsinn das sehe ich doch schon allein daran äh das sehe ich ich muss nur einmal mit dem typen oh gott mit dem typen geredet haben und der sagt einem das mehr brauche ich nicht und der typ ist entsprechend schwer aufzutreiben bei den voraussetzungen die man braucht um ihm aus dem boden hervor zu locken sorry ja viele viele sachen miteinander verbinden viele informationen miteinander verbinden intelligent sein pustekuchen dämonenbeschleuniger ist kein lachgas ein spritzungszeug für einen wagen nein es ist für zauberer zum wirken von zaubern ja das war der feuer dämon der musste übrigens noch leben der muss leben damit der finstergeist den wir gerade eben besiegt haben tatsächlich auch kömmt ähm ich glaube ich nehme wieder eine andere waffe das dauert ja ewig bis ich damit klein geschlagen habe ja ähm ja schöne sache so ich wechsle kurz wieder waffen bis gleich oder auch nicht ich bin gerade währenddessen angegriffen worden das hier ist ähm das horn des mondlichtschmetterlings macht reinen magischen schaden aber braucht äh ich glaube 15 16 17 intelligenz um nicht damit ich es benutzen kann und es macht vorher keinen schaden eigentlich wollte ich doch was anderes genommen haben um ihm einzuheizen aber nein er lässt mich nicht dieser penner ja so ich wechsle wieder ja ich hoffe der mondlichtschmetterling also das mondlichtschmetterlingsdings bums skaliert wahnsinnig gut mit intelligenz ist also eine gute waffe für magier und zu guter letzt sehen sie den drachentöterspeer den ich aus der seele von ornstein geschmiedet habe ähm aufgrund der stärke anforderung kann ich ihn gerade nur richtig in zwei händen benutzen und da er noch nicht abgegradet ist äh ja macht er jetzt nicht so viel macht nebenher noch blitzschaden das aber im gegensatz zu normalen blitzwaffen skaliert das ding noch glaube ich mit bisschen mit stärke und mit geschicklichkeit sodass das ding gar nicht mal so schlecht ist sag ich jetzt behaupte ich mal keine ahnung noch nie benutzt weiß auch nicht ob sich das lohnt so es lohnt sich auf jeden fall hier mal kurz in die mitte reinzustechen auch wenn ich keine ausdauer mehr habe weil dort hinter sich seelen verbergen deswegen ist es ja drin auch so warm die haben ziemlich heißen atem die typen hier so das schöne ist man kann so schön durchstechen auch der vorteil ist oder lebt noch scheiße ist er tot ja ähm der vorteil ein sperrwaffen ist ich glaube auch so was äh gleichzeitig der vorteil mit von degen und so ein kram ist aber da bin ich mir nicht ganz sicher man kann gleichzeitig zustechen während man noch schützend den schild vor sich hält das ist ganz praktisch so diese plattform hier nimmt uns oder würde uns zurückbringen richtung äh quälax Domain also quälax Heimsitz Sommerwohnsitz äh nach oben deswegen aktiviere ich das ding mal so und hier sind wir wieder beim Feuer-Dämon-Typen ja es bleibt uns doch ein anderer Weg offen übrigens dieser Dämon hier also dieser Boss und der nächste sind im Grunde optional wenn man die Abkürzung nimmt so jo das schöne ist das nächste Leuchtfeuer erwartet uns bereits direkt hier unten und es wartet auf Entzündung ja äh ich sag's mal so ich seh mich zwar noch jetzt äh wenn ich jetzt auf den Finstertöter zurückblicke seh mich zwar noch in der Lage wenn ich jetzt alle Punkte in die entsprechenden Werte verteile dann noch hinzubiegen aber ich glaub das lass ich besser wieder ich bin dein Geschicklichkeitscharakter und werde mich jetzt wieder entsprechend umrüsten bis gleich das ist Superman Römisch 4 da ich noch Mensch bin könnte ich ihn noch beschwören äh ja ich hatte zu dem Feuer-Dämon ähm meinen Feuer wie heißt das ab nein meinen Feuer nennt sich das noch gleich meinen Ring der Feuerverteidigung erhöht angezogen den werde ich jetzt mal für diesen Kampf hier oh noch eine Signatur wer kommt denn hier oh ich könnte Solaire auf Astora beschwören der kann mich aber mal kreuzweise so willkommen willkommen im Schmelztiegel die Höhle von Markmore was schon wieder ein Boss ist der Grund weswegen ich das Gebiet eigentlich zum Schluss machen wollte weil Boss Gauntlet passt meiner Meinung nach besser oder am besten zu einem Gebiet was als vorletztes vom Ende kommt mal sehen ob ich den noch in diesem Video packe der Tausendfüßler-Dämon Ekelhaft so ich kämpfe allerdings nicht hier weil der Kampfplatz ist scheiße unfair behaupte ich mal ähm ich nehme die Gefahr auf mich hier zu verbrennen in den feurigen und tiefen der Ölle so ich hoffe ich kann mir noch einigermaßen scheiße drüber und trink was trink mein Freund hier haben wir nämlich ein bisschen mehr Platz zum Kämpfen ähm an der anderen Stelle ist es im Grunde einfach nur äh ein Kamerawischiwaschi so jetzt hoffe ich dass er kommt so decken wir uns mal und Punching Faust of the North Fist da ähm und jetzt kommt wieder die Punching Faust of the North North Fist da jetzt nehme ich eine andere Waffe die länger ist und Punching Faust hau mal warum hau ich ihn nicht kommst du jetzt mal her oh oh au so okay er darf noch mal weiter kommen aua ja ich mag ihn nicht ein Angstboss von mir wow shit trink was trink okay dann lass es bleiben jetzt trink mal was danke so jetzt kann ich ihm mal glaube ich hauen wenn ich denn mal hinter ihn komme uah ja man kann auch den Schwanz abschlagen aber das bringt nicht viel weil der Schwanz hat ein eigen Leben es ist halt ein männlicher Gegner nein er ich glaube der Schwanz ähm wie heißt es äh kriecht dann an der Stelle rum wow mal sehen ob das Messer besser ist oh oh so gehen wir mal hier schön hinter mal ein bisschen Blutung verursachen oh Gott das meine ich mit der spacken Kamera bei dem Gegner hier der kann wenn er auf venerigen Lebenspunkte ist macht er ganz gerne mal Explosionen wusch oh Gott und nochmal auf die Beine und nach hinten oh shit okay ähm wo bin ich oh Gott er tritt und trinken trinken danke viel habe ich nicht mehr oh Gott ich gehe lieber auf Nummer sicher ich erkenne ja gerade fast gar nichts mehr Leute ich haue mir einfach mal drauf und hoffe dass es klappt wow im ersten Versuch geschafft ich fasse es nicht wow und wir bekommen von ihm den Orangenen verkohlten Ring und was macht der Orangene verkohlte Ring wir können wir können wir können wir können ihn irgendwie im Inventar suchen gehen da ist er wir können uh mehr Zeug mit dem Orangenen verkohlten Ring sind wir Jesus Firewalker Texas Ranch Betreiber oh mein Gott ja im Grunde könnte ich damit jetzt einen Gegenstand holen gehen wo ich ja sagte deswegen habe ich die Taurus Dämonen dort erlegt ähm das ist aber erstmal unwichtig das ist ein Ding was ich eigentlich nicht brauche es ist eine Glut für äh Chaos Waffen und Chaos Waffen skalieren mit ähm wie heißt es mit ähm mit Menschlichkeiten deswegen mag ich es nicht oh Solaire of Astora was wird er uns sagen und wohin wird uns dieses Gebiet hier führen erfahren wir es beim nächsten Mal von Let's Play Dark Souls bis dann Ciao